Hey, ich bin Aline. Und ich bin Simon. Und heute erzählen wir euch die Geschichte von Adam und Eva. Als Gott Adam erschuf war er einzig. Adam! Adam! Freude granten sie sich in die Arme. Von nun an lebten sie im Paradies Eden. Als die Adam und Eva erfrischen gingen, fanden sie einen Küchenstöpsel. Sie zogen ihn heraus. Und es entstand ein riesiger Strudel, der alles mit sich in die Ziele zieht. Das war das traurige Ende von Adam und Eva. Tschüss!